Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen hier auf Kick-Off zu dem nächsten Real Talk zu einem Thema im Fußballbereich. Natürlich darf meine Meinung zu Max Eberl nicht fehlen. Gestern wurde er sehr offiziell, was sich am Donnerstagabend schon abgezeichnet hatte. Max Eberl verlässt nach über 20 Jahren Borussia Mönchengladbach. Und das nicht, wie es ja von manch spekuliert wurde, weil er irgendwie einen neuen Job haben möchte, weil es bei Borussia zu sehr knatscht. Max vielleicht auch, aber vor allen Dingen, weil es gesundheitlich, weil es mental, weil es im Kopf nicht mehr so weitergeht, wie es aktuell ist. Und deswegen endet das Kapitel Eberl und Gladbach zu einem, ja man muss zugeben, sehr, sehr ungünstigen Zeitpunkt. Wir sprechen darüber, wie man das Ganze ja in einem Rahmen bewerten kann. Was heißt bewerten? Was man einfach für eine Meinung haben kann oder auch nicht haben kann. Denn ich gebe meine hier ab und ich glaube, wir sind viele unterschiedliche Meinungen bei dieser ganzen Thematik, weil ich habe auch viele unterschiedliche Meinungen gelesen. Aber auch das ist ein bisschen was, worüber ich hier und heute in diesem Real Talk sprechen möchte. Ich habe mir keinen Skript gemacht. Ich habe keine Notizen gemacht, wie ich es vielleicht sonst mal mache, weil ich einfach frei raus, frei schnauze jetzt mal meine Meinung zu dieser ganzen Thematik abgeben möchte. Denn für mich ist und bleibt Max Eberl einer der besten Manager der Bundesliga, den ich seit Jahren wirklich, verehre ich das falsche Wort, aber sehr, sehr hohen Wert entgegenschätze. Denn ich als Schalker kenne es, in meinem Klub war viel Unruhe, waren viele Personalwechsel. Da hat man dann schon wirklich gedacht, in Gladbach läuft das echt gut. Und da wurde auch nochmal deutlich, in Gladbach war tatsächlich ein Manager wichtiger als irgendwelche Trainerwechsel. Genau das, was ja auch auf der Pressekonferenz gestern nochmal betont wurde. Und genau so muss im Klub auch sein. Einen Sportdirektor zu ersetzen ist, finde ich, auch deutlich schwieriger als einen Trainer zu ersetzen. Und genau das muss Gladbach nun nach sehr, sehr vielen Jahren erfolgreiche Arbeit machen. Das ist ungewohnt. Das ist sicherlich eine komplett schwierige Situation für die Borussia. Und das weiß natürlich auch Max Eberl. Umso ungünstiger ist natürlich auch, dass es einen Zeitpunkt erwischt, wo eben Eberl seinen Rücktritt bekannt gibt, in dem Gladbach finanziell bedingt durch Corona nicht gut dasteht, sportlich bedingt durch extrem viele Misserfolge nicht gut dasteht in der Bundesliga, der Abstiegskampf ist nicht weit weg. Er ist eigentlich sogar Realität. Und natürlich auch, wo das Transferfenster noch offen ist. Ja, es ist alles etwas ungünstig. Das kann man sicherlich sagen. Aber trotzdem finde ich, dass viele Meinungen nochmal etwas ungünstiger sind. Am Donnerstagabend wurde ja zum ersten Mal darüber spekuliert, was ist mit Max Eberl. Am Donnerstag hat ja wohl auch ein Gespräch stattgefunden, was nachmittags begann, bis abends fortging und eben daraus erklungen ist, dass Max Eberl zurücktreten wird. Soweit, so gut. Ist auch klar, dass Medien darüber berichten werden. Aber was manche daraus gemacht haben, das finde ich durchaus erschreckend. Und ich finde es auch schade, was manche Fans daraus gemacht haben. Auch gestern im Live-Chat, ich habe die Pressekonferenz im Livestream bei Borussia Mönchengladbach verfolgt. Sprich, ich konnte auch einige Kommentare von Gladbachern, von anderen Fans mitbekommen. Und es ist schon schade und auch traurig, dass bei so einer Geschichte viele eine Sache vergessen. Max Eberl ist gesundheitlich angeschlagen. Er ist mental, sagen wir mal, kaputt. Und genau sowas ist für andere Leute wie uns, wie für dich, wie für mich, sehr, sehr schwer zu beurteilen, wie schwer es für ihn wirklich ist. Und dann finde ich es ungünstig und schade, dass manche sich zumaßen, das zu beurteilen, wie es Max Eberl geht und ob es der richtige Zeitpunkt war und ob er nicht noch das und das hätte machen können. Da steht uns allen gar nicht zu. Denn wir können es nicht beurteilen, wie es Max Eberl wirklich geht und wie erschöpft er wirklich ist. Einen Kommentar, den fand ich wirklich wahnsinnig. Da hat einer geschrieben, Max Eberl soll mal lieber normal arbeiten gehen, dann sieht er, was wirkliche Arbeit ist. Und ich weiß, manche denken wirklich, dass ein Manager eines Bundesligisten, egal oder auch egal, welche Liga und egal, ob Manager, Sportdirektor, Sportforscher, scheißegal, ich glaube, manche denken wirklich, es ist wie ein FIFA, ein Footballmanager, du kaufst jeden Tag ein, zwei Spiele ein, hast nach zwei Stunden wieder Feierabend und kannst dir das Training angucken. Ich glaube, wir stellen uns das alle ein bisschen zu einfach vor. Und deswegen finde ich es wirklich schwach, dass viele in diese Richtung gehen oder auch meinen, ja, Max Eberl, der macht jetzt bewusst ein vierteliger Pause und dann mit Vollgas bei Elbe Leipzig oder bei den anderen Bundesligisten durchzustarten. Es kann sein, dass er im Sommer einen neuen Job angeht, weil wir alle noch einmal nicht beurteilen können, wie es ihm geht und vor allen Dingen nicht beurteilen können, wie lange er eine Pause braucht und wie lange die am Ende aussehen wird und vor allen Dingen auch, welche Schlüsse er aus dieser Pause ziehen wird. Ich kenne es noch aus Schalker Vergangenheit. Ralf Rangnick hat damals bekannt gegeben, einen Burnout zu haben. Er ist als Trainer zurückgetreten und er war, ich weiß gar nicht mehr, wie lange es war, ein, zwei Jahre auf jeden Fall später bei RB Salzburg als Sportdirektor und Trainer wieder tätig. Natürlich stellt man sich die Frage, ob dann nicht die Pause irgendwie zu einem Zeitpunkt kommt, dass der ungewohnt ist und ob man dann vielleicht sagen könnte, der müsste doch bestimmt drei, vier Jahre dann raus sein. Wissen wir nicht, wenn Max Eberl meint, nach einem halben Jahr ins Fußballgeschäft zurückkehren zu können, dann ist das sein gutes Recht. Wenn Max Eberl meint, nie mehr ins Fußballgeschäft zurückkehren zu müssen, dann ist das auch sein gutes Recht. Und deswegen finde ich sehr, sehr schade, was manche daraus gemacht haben und ich will jetzt gar nicht irgendwas von Max Eberl zitieren aus der Pressekonferenz, aber eine Aussage, die ist mir wirklich im Kopf geblieben, denn die lautete ungefähr, ich fasse jetzt mal zusammen, es ist die schwerste Zeit, in der ich Sportdirektor sein durfte. Wir haben uns lange unterhalten, was in 24 Stunden daraus gemacht wird, ist tatsächlich das, was mich krank macht. Was Max Eberl da beschreibt, ist eben der Verlauf von Donnerstagabend bis Freitagmittag zur Pressekonferenz. Es wurde wild spekuliert von einigen Zeitungen, aber auch von uns Fans, also jetzt auf die Medien drauf zu gehen, finde ich auch ein bisschen zu wenig, warum Max Eberl zurücktreten wird. Hat er einen neuen Job? Will er noch was anderes machen? Will er das sinkende Schiff verlassen? Nein, es geht ihm einfach nicht gut und dann macht es auch keinen Sinn, so einen Job weiterzumachen. Noch einmal, wir können alle nicht beurteilen, wie es Max Eberl hier oben wirklich geht, denn das hier oben, das kann man nicht messen. Das ist keine Krankheit wie ein Beinbruch, wo man sagt, nach ein paar Wochen, Monaten bist du wieder dabei. Nee, eben nicht. Und das ist das Problem erstmal für uns, das zu analysieren, zu akzeptieren, zu verstehen. Ja, aber es sollte ihm auch dafür sorgen, dass man eine gewisse Akzeptanz mitbringt. Ich fand stark, wie einige Vereine reagiert haben, Union Berlin, Köln, Bayern, Schalke, es gab von sehr, sehr vielen Vereinen Kommentare, auch von vielen Fußballspielern, Lars Stindl, Lange Rega und immer noch Gladbach-Kapitäne, natürlich Max Eberl sicherlich mit am besten kennt von den Spielern, Ilkay Gündogan, Toni Kroos, all die haben genau das Richtige getan. Sie haben Max Eberl Respekt ausgesprochen, ihm die beste Gesundheit gewünscht und ich finde, das ist doch das, was am wichtigsten ist und nicht daraus irgendeine Geschichte zu machen, von, ja, der verlässt das sinkende Schiff, bleibt doch noch zwei Wochen, um die Transfers zu Ende zu bringen. Noch einmal, es ist nicht zu beurteilen und auch nicht zu verurteilen, wann Max Eberl welche Entscheidung trifft, da steht uns allen gar nicht zu. Man kann sicherlich seine Meinung haben und die auch zum Ausdruck bringen, aber manche Kommentare, die gehen echt unter die Gürtellinie und genau das zeigt er auch, warum es womöglich die richtige Entscheidung ist, sich aus diesem Geschäft zurückzuziehen. Generell ist es aber nicht nur im Fußballbereich so. Diese Social Media Welt beschleunigt sicherlich solche Prozesse wie eben mentale Probleme noch einmal mehr. Ich weiß, viele wollen davon nichts hören, die sagen dann, ja, man soll doch mal gescheit arbeiten gehen und ja, das hier oben ist auch alles nicht so schlimm. Vielleicht ist es nicht so schlimm, vielleicht aber schon, denn es ist einfach nicht zu messen, wie schlimm sowas wirklich ist. Und somit bin ich gespannt, wie es mit Max Eberl weitergehen wird. Für mich ist und bleibt er Gladbacher durch und durch. Er gehört zu diesem Verein wie wahrscheinlich kein anderer und auch ich bin schon wirklich traurig, obwohl ich an sich ein Gladbacher Konkurrent bin. Gut, als Schalke-Fan ist noch ein Zweitligist, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, dass dieses Kapitel so zu Ende geht. Denn ich habe Max Eberl vor allem dafür gefeiert, dass er Jahr für Jahr sagte, ich möchte mit Gladbach nach Berlin, ich möchte den DFB-Pokal gewinnen, als einer von wenigen Vereinen, die so ein Ziel wirklich ausgesprochen hatten. Das fand ich immer stark, hätte ich mir auf Schalke mal gewünscht, mit so einem Ehrgeiz in diesen Wettbewerb reinzugehen. Und dass das Kapitel Gladbach-Eberl nun so endet, ist wirklich schade. Aber auch mir bleibt am Ende nur zu sagen, Respekt für diese offenen und starken Worte von Max Eberl in der Pressekonferenz. Beste Gesundheit natürlich auch. Und er soll einfach das machen, was ihm gut tut. Und egal was es am Ende ist, er wird es für sich entscheiden. Und das gilt es für uns alle zu akzeptieren. Eure Meinung zu dem Max-Eberl-Thema gerne mal in die Kommentare. Interessiert mich, ich lese mir alles durch. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Bis zum nächsten Mal.